In questa lezione impareremo altri Dialoghi. Wohin bitte? Das macht wieviel? Sie pu dire anche, wieviel macht das? Zwölf Euro. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Taxi! Guten Tag! Wohin bitte? Zum Flughafen. Das macht wieviel? Zwölf Euro. Hier, bitte. Vielen Dank! Bitte volltanken. Normal oder super? Nein, Diesel. Ach ja. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ja, prüfen Sie bitte die Luft. So, jetzt ist alles in Ordnung. Volltanken. Wünschen Sie sonst noch etwas? Altrimenti, sonst, ancora, noch, qualcosa, etwas. Altrimenti, ancora, qualcosa, sonst, noch, etwas, che sa significare, qualcos'altro? Desidera lei qualcos'altro? Wünschen Sie sonst noch etwas? Die Luft. Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt ist alles in Ordnung. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Bitte volltanken. Normal oder super? Nein, Diesel. Ach ja. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ja, prüfen Sie bitte die Luft. So, jetzt ist alles in Ordnung. Wo kann ich bitte telefonieren? Da drüben ist eine Telefonzelle. Vielen Dank. Wo kann ich bitte telefonieren? Wo kann ich bitte telefonieren? Telefonzelle. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Wo kann ich bitte telefonieren? Da drüben ist eine Telefonzelle. Vielen Dank. Ist hier in der Nähe ein Parkplatz? Ja, in der nächsten Straße. Ist hier in der Nähe ein Parkplatz? Es ist hier in der Nähe ein Parkplatz. Ist hier in der Nähe ein Parkplatz? Ja. Ja, in der nächsten Straße. Sí, in der nächsten Straße. Ja, in der nächsten Straße.